Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Weißt du, wie die Geschichte weitergeht? Was glaubst du, wer hilft Anna? Wir flüchtücken immer zusammen. Es ist immer folgen, mit ihm zu spielen. Und wir sind immer fit. Timmel beszen, mit ihm zu lernen. Und wir gehen zusammen zur Schule. Und zum Einkaufen.